Lehnhoff Hartstahl mit Sitz in Baden-Baden ist ein innovatives mittelständisches Unternehmen, das sich als Ausrüster rund um den Hydraulikbagger zu einem der Marktführer in der Branche entwickelt hat. Das Unternehmen bietet ein umfassendes Werkzeugprogramm für alle Baggertypen am Markt. Lehnhoff bedient nicht nur den allgemeinen Tief- und Straßenbau, sondern auch spezielle Sparten wie Abbruch und Recycling, Garten- und Landschaftsbau sowie Steinbrüche und Kieswerke. Für die Automatisierung seiner Schweißnahtvorbereitung hat sich Lehnhoff bereits vor zehn Jahren ein einzigartiges System angeschafft, die Roboterschneidanlage Biber von L. Zur Sicherung seiner Wettbewerbsfähigkeit hat sich der Baumaschinenausrüster nun für den Wechsel auf die neueste Generation des Schneidsystems entschieden. Der Name Lehnhoff Hartstahl steht insbesondere für eine sehr langlebige und wirklich stabile, robuste Ausführung von Werkzeugausrüstungen auf der Baustelle. Wir haben die Firma in den letzten Jahren als zuverlässigen und innovativen Partner kennengelernt, mit dem man auch in der Zukunft gerne zusammenarbeiten möchte. Eine unserer Kernkompetenzen im Hause ist natürlich das Schweißen und insofern brauchen wir da kompetente Partner, die wissen, wie Schweißnahtvorbereitung funktioniert und wie man sowas professionell aufarbeitet. Wir haben auch jetzt durch die neue Anlage, die wir bei der Firma R konzipiert haben, eine wesentlich bessere Auslastung. Ich sage mal, die Produktivität hat sich deutlich erhöht, insbesondere durch die Bilderkennung der Werkstücke. Beim neuen Profi-Biber befindet sich der Roboter auf einer vorgelagerten Konsole. Die Anlage ist mit einem Schneidtisch mit einer 1,5 x 9,5 Meter großen Auflagefläche sowie Plasma- und Autogenwerkzeugen ausgestattet. Die neue Profi-Biber-Anlage ist seit Ende 2019 bei der Firma Lehnhoff in Betrieb. Es gibt hier drei wesentliche Besonderheiten. Zum ersten haben wir eine große Plasma-Strongwelle. Hiermit können wir Schneidticken bis zu 50 Millimeter realisieren. Zudem wurde die Datenbank optimiert und wir haben hier in 1 Millimeter und in 1 Grad Schritten alle Daten interpoliert. Der neue Zeilenlaser-Scanner hat eine doppelt so lange Zeile und somit kann man auch dickere Bauteile problemlos einmessen und daraus Fehler korrigieren. Ein weiterer Vorteil des neuen Zeilenlaser-Scanner ist es, dass er lichtunempfindlicher ist. Zum Beispiel bei Lichteinflüssen in der Halle können wir verlässlich messen. Ein weiteres Highlight bei der neuen Profi-Biber-Anlage der Firma Lehnhoff ist die Funktion IntelliPlace. Mit IntelliPlace werden manuelle Schritte automatisiert und Fehlerquellen reduziert. IntelliPlace ist ein am Roboter angebautes Kamerasystem, das in Kombination mit einer Kalibriersoftware die Bauteillager ermitteln, die entsprechenden Programme aufrufen und zuordnen kann und das alles vollautomatisch. IntelliPlace ist bei den Anlagenbedienern hervorragend angekommen, weil es unterstützt unwahrscheinlich stark seine tägliche Arbeit. Ein wichtiger Aspekt ist natürlich die Reduzierung der Fehlerquelle gegen Null und zum anderen konnten wir mit IntelliPlace die Nebenzeiten noch einmal erheblich reduzieren, was sich im Durchschnitt bei uns pro Schicht mit einer bis eineinhalb Stunden auswirkt. Durch die flexible Trennwand sind wir in der Lage, ca. 90% unserer Anwendungsfälle als Pendelbetrieb durchzuführen. Pendelbetrieb bedeutet in dem Fall, der Biber kann auf einer Seite arbeiten und der Bediener kann auf der anderen Seite einen abgearbeiteten Auftrag entnehmen oder den nächsten Auftrag vorbereiten. Da Flexibilität in jeder Hinsicht berücksichtigt wurde, kann der Bediener diese mobile Trennwand auf der Seite parken. Das heißt, es steht ihm der komplette Auflagertisch für einen Langteil zur Verfügung. Natürlich konnten wir mit der Gesamtanlage eine deutliche Kapazitätssteigerung wahrnehmen. Wir können im Durchschnitt von einer Steigerung zwischen 30 und 40% reden im Vergleich zur alten Anlage.